Ich will nichts von Bildung hören. Aber Spider-Kill, warum hast du denn keine Blä-Wei-Geschütt... Ey, was darfst du denn noch sagen? Ja, das ist so vieler Bildung, man wird schon unbedingt jeden Tag mit dem gleichen Scheiß-Sue-Text. Genau wie alle Leute mit dem gleichen Scheiß-AWU-Erklärer sind, die größten Meckertanten sind. Aber die ist ja Kill-Meckern, weil die ist ja Anschreien. Schein und, schrei an. Ja, anschreien. Anschreien, schrei an. Schrei zu, schrei... Ich wollte das erste Mal raus mit dem Spitz, doch. Aber Spider-Kill, warum machst du Weichberg auf Bildung einen feuchten Setzer? Aber was ist denn, wenn du mal nicht weiter... Ich weiß immer weiter. Ich bin noch... Ja, was bin ich? Keine Ahnung, wie sieht er, wie sieht es selber nicht. Ja, so... Ja, viele fragen sich, warum ihr hier... Ja, ich hasse diesen Typ bei Sport, auf diesem Blasentyp in der neuen Inneren, in der neuen Folge. Ich lerne so gerne, den könnte ich in die Fresse entschlagen, ey. Weil, sag mal nicht, wenn man... wenn man... wenn man... wenn man keine Bildung leiden kann. Sonst hätte man auch nicht gerne, wenn man Bildung hasst. Und ja, ich hasse Bildung... wie in die Pist. Ich hasse Bildung... Ja, verstehe ich nicht, warum wir sowas leiden können, ey. Bildung ist doch was Schönes. So was haben die Leute, die... 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 die wirklich jetzt interessant finde, ja. Hass auf Bildung ist so geil, ey. Hass auf Bildung, mach mich stolz. Guck mal, Papa, wir brauchen auch keine Bildung. Ja, die wissen auch was man... die wissen auch alles. Ja. Die wissen auch, was alles ansteht. Nämlich, dass ein Spider-Kir lernvoll ist, ja. Ja, ich bin lernvoll. Man nennt es doch auf Englisch Learning, Lazy. Wow, du kannst Lazy-Tone? Wow! Freddy Grü... Freddy Faulig und Spalter-Kurziger. Die als ersten, letzten wen, die ich davon kenne. Pilsen-Spalter-Kuss. Haben sie den Spalter-Kuss baroniert? Weil soll ich das wissen. Ja, weil soll ich das wissen. Äh, himmlisch. Ich habe noch Kohle, ja. Ah, 64 habe ich noch. Ich brauche noch keinen Käfer-Roschen. So. So, ok. So, wartet. So, jetzt sterben wir ja. Stellen wir nachher zuvor wieder zu. Natürlich hat wieder 64 Fackeln drin ab. Ah, meine blöden Augenkündigen schon wieder. Ja, also nein. Jetzt habe ich es durch. Ich bin durch. Ich bin so dumm, Alter. Ja, ich bin so dumm. Ach, ja, ja. Ah, ja, ja. Kannst du mal auf Hennigens beleidigen? Nein, ich beleidige Hennig. Große Hennig ist so nicht da. Nein, ich beleidige Hennig wollen, wo ich will. Ein Bildung macht keinen Spaß, ne. Bäh, pfui. Pfui. Bildungsfeind Nr. 1 bei der Kill. Ja, ich bin der große Idiote. Keiner ist dümmer als ich. Und deshalb soll ich mich eins. Deshalb habe ich Hass die Robotastor, der meine Dummheit schlecht macht. Es gibt nur 3-4 Personen Sondergenehmigungen. Erstens, das ist die aus Bückeberry. Die große, die fette Name ist wieder nicht ein. Nein. Das ist die, die hat Gene Badger Sondergenehmigungen. Und der von Fujiwam hat Sondergenehmigungen, ja. Aber Batas, nein. Batas ist in Meinungen wie mein Kostschaf, ja. Der einfach nur sterben muss. Weil der ist wirklich ein Sadist und macht meine Dummheit schlecht. Und wer meine Dummheit schlecht macht, ist in Meinungen ein Wichser. Denn als größter Feuer durch der Welt sage ich euch eins. Es gibt keine Personen, die blöder sind als ich. Das meine ich komplett ernst, ja. Deshalb sage ich euch. Ich mag keine Bildung, ja. Ich bin lieber blöd. Blöd sein ist nämlich cool. Ich rede so ein Trott. Wenn ich vielleicht lieber Dislex auf YouTube, Alter. Toll, Männer, ey. Quartalbus für eine Dreckskulpen, weil die kündigen schon wieder. Sag ich, wer mit einer Eisenspiegel schrottet, ey. Meine Fresse, ich dumme ja auch nicht, ey. Das geht dann überhaupt nicht. Warum kündigen muss meine Bücke, ja. Wahrscheinlich, weil die Augen die ihr Bildung mögen, ja. Wahrscheinlich kündigen sie deswegen. Ja. Und nein, Batas darf nicht auf der Welt leben, wenn unsere Mankaschafe nicht leben dürfen. Batas, Deutsch ist nämlich der Präsident der Mankaschafe, ja. Batas, Deutsch ist ein Arschkrabbenkind. So, wir machen jetzt 6 Decks. Haben wir nämlich 64, ja, oder? Wir haben 4 Stacks, ja. Wir haben 4 Stacks, ja. 2 Stacks, ja. 2 Stacks, das war 4 Stacks, okay, ja. 2 Stacks, 1 Stacks. etwas Henning gefällig etwas Henning gefällig spinni halt die Fresse und es klatscht gleich bist du noch so lässig mit einer Runde spinni das Wetter gehen musst du alle püscher was er nicht mag aber so ist dein Navi hoch die schwellen sich auch immer wenn du traurig bist freuen sie dich an halt deinen Mund freuen sie dich an halt deinen Mund ist ja bisher auch meine Angst bewusst vor meiner Schwester und vor Anja mit den Freundinnen von meinem Bruder wahrscheinlich für die Hochbildung irgendwann ja aber als Krankendienst muss er als Krankenflüster muss er gemeldet sein muss er dann wenig arbeitslos dann muss er mich damit nicht abfinden du wirst mir erleben wenn ich Schlager höre dann müsste ich sagen ach wie schön in denen der Fisch was Ficken singt ach das erfällt mir ach das ist so lieblich signat